Hi Leute und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und Leute, ihr wisst, worum es heute geht. Wir haben zusammen die 1000 Abonnenten geschafft. Ich bin einfach so, so stolz auf uns und ich möchte einfach nur vielen, vielen, tausend Millionen Dank sagen an euch alle da draußen. Ihr macht mich einfach fertig, Leute. Vor 5 Wochen ungefähr, bevor ich in den Urlaub gefahren bin, habe ich noch das 800 Abonnenten-Special gefeiert, wo ich auch schon mega überwältigt war. Und jetzt feiern wir schon zusammen die 1000 Abonnenten. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen da draußen, an alle, die schon von Anfang an dabei sind, an alle, die neu dazugekommen sind, und an alle, die vielleicht gerade das erste Video schauen und vielleicht Bock haben, meinen Kanal zu abonnieren. Vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr mich unterstützt, dass ihr meine Videos mögt und dass ihr immer mit dabei seid und immer wieder einschaltet. Natürlich habe ich auch eine Kleinigkeit für euch vorbereitet. Und zwar wissen viele vielleicht von euch, dass ich vor ein paar Wochen noch das 800 Abonnenten-Special gefeiert habe. Da gab es keine Verlosung, denn die Verlosung wollte ich auch nach dem Urlaub verschieben. Jetzt ist nach dem Urlaub und plötzlich feiern wir schon die 1000 Abonnenten. Ich muss das einfach immer wieder sagen, weil es einfach so cool ist. Ja, auf jeden Fall habe ich eine Kleinigkeit für euch vorbereitet, ein 1000 Abonnenten-Special. Diesmal gibt es auch eine Verlosung. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt mal, was es gibt. In meiner letzten Verlosung habe ich festgestellt, dass viele von euch da draußen Paletten lieben. Und deshalb habe ich von Maybelline die allseits beliebte The Rock Nudes Palette, ja wie gesagt, von Maybelline besorgt. Und zwar nicht einmal und auch nicht zweimal, sondern gleich dreimal. Und zwar, wie ihr sehen könnt, können drei von euch da draußen diese Paletten gewinnen. Und damit ist es auch noch nicht genug. Und welcher Utensier braucht man natürlich, wenn man eine Lidschattenpalette benutzt? Genau, Lidschattenpinsel. Und deswegen habe ich euch je einen Lidschattenpinsel besorgt von Essence. Und zwar sehen die so aus, rosa mit einem etwas weißen Kopf und einem super coolen Design. Und dann dachte ich mir, besorge ich euch noch drei Blender Brushs. Denn um das perfekte Smoky Eye bzw. einen perfekten Lidschatten aufzutragen, braucht man auf jeden Fall einen Blender Brush. Und da gibt es von Essence so einen wunderschönen türkisfarbenen, mit auch einem super super coolen Design. Diese habe ich persönlich selber noch nicht ausprobiert. Aber wie ich gerade eben schon sagte, bin ich super überzeugt von dem Preis-Leistungs-Verhältnis der Pinsel von Essence. Und auch die könnt ihr zusammen gewinnen mit einer Palette. Und als nächstes, was ist mein Lieblingsprodukt und muss natürlich immer dabei sein? Lip Liner. Und zwar habe ich euch einen Lip Liner von NYX besorgt in der Farbe SPL 810 Natural. Den kann ich euch jetzt nicht swatchen, weil ich die Packung nicht aufmachen will. Aber der ist auch wunderschön und den könnt ihr auch in der Schule tragen, weil er eben nicht zu sehr aufträgt. Und auch hiervon habe ich wieder drei Stück besorgt. Und zu guter Letzt habe ich noch drei Peel-Off-Masken für euch zu verlosen. Und zwar sind die von Balea. Klärt das Hautbild und pflegt mit Hammer-Mehle. Tiefenreinigend. Genau, die finde ich nämlich super, super cool. Benutze ich mega gerne. Gerade Peel-Off-Masken sind eigentlich meine liebsten Masken und deswegen musste das auch mit dabei sein. Wenn ihr nun eines dieser Sets gewinnen wollt, dann müsst ihr natürlich Abonnent meines Kanals sein. Und ganz wichtig, schreibt mir unten in die Kommentare, was für Videos ihr in nächster Zeit gerne sehen wollt. Beziehungsweise was für Videothemen euch interessieren. Und dann nehmt ihr schon an der Verlosung teil und sagt euren Freundinnen Bescheid, dass auch sie vielleicht Glück haben und eines dieser drei Sets gewinnen. Also vielen, vielen Dank nochmal an euch für eure ganze Mitarbeit und Unterstützung und eure ganzen Kommentare, die ihr mir immer unter meinen Videos schreibt. Macht weiter so und dann würde ich sagen, teilnehmen an Gewinnspielen und wir sehen uns das nächste Mal. Ihr seid so cool, Leute.